für glaube ich habe ich die blaze weapon blaze weapon only ob ich die blaze entspannt ich habe so ein ding was nur für einen speziellen waffentyp gilt kann man das denn sehen ist nicht healing okay ach so dein ich wollte dich noch an deinen lagerfeuer erinnern dass du das gerade habe ich zweimal gemacht ich muss es aber noch zu ordnen ja das habe ich mitte die fans die fans so da machen wir jetzt ist die frage meinst du es kann weiter ausbauen leben 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 was ist denn blazed weapon das verstehe ich nicht oder ich kann hier was in fusion das geht aber nur place weapon only das ist place leute leute wo es blazed blaze geschrieben ich gucke mal customize weapon mt ich habe gar nichts dafür für den hammer das haben wir was meintest du ne fürs schwert ach so aber ich glaube das ist schon das ach so zwei dinge und meinten sie sind verschieden na für das obere habe ich gar nichts also blaze attunement blaze weapon only jetzt hast du da oder so ein blaues ja genau place power 15 ja was heißt das verstehe ich nicht kann sein dass ein element ist sowas wie elektro feuer und eis place ist elektro elektro waffen nur und es gibt mehr 15 schaden auf elektro aber 15 weniger normal schaden kann ich mir vorstellen ja es gibt elemente aber verstehe jetzt noch elektro an ich mach das jetzt mal rein und was heißt infuse effects dass sein reinmachen ja also rechts meine ich steht auch noch mal in der liste increases max hells bei 200 also wenn irgendwas rein machst kriegst du trotzdem 200 leben dazu ne das ist so infuse effect das sind die stets die du insgesamt hast überall 200 ist ja was du alle parts hast ich habe jetzt 150 weil ich mir fehlen noch die handschuhe zum beispiel ok ok das ist unser momentaner effekt genau ich habe das jetzt mal infused und jetzt habe ich einen neuen effekt an der liste feuer sagt doktor hannibalek da blaze ist feuer ja aber ich habe sie jetzt in meinen schätzen mit feuer attribut ich habe jetzt nichts hier drin ok dann wird der effekt vielleicht nicht getriggert ja dann dürfte es nicht geäquipt werden also fusioniert werden infused werden wenn das nimmt ja oder es ist fies und du kannst jetzt in fusion aber der effekt kommt nicht natürlich doof bräuchten mal quarts dann könnten wir uns in der laterne machen ja ich weiß aber nicht wo es quarts gibt wann wir das spielt jetzt weiß ich gerade gar nicht aber du kannst dir jetzt schon early access kaufen wenn du interesse hast ja was wollen wir jetzt noch machen ich bräuchte noch ein tag irgendwas dann könnte ich auch die handschuhe einmal wenigstens kraft ja und du könntest deine upgraden wenn du mehrere trupps kriegst ja also erst mal aufheben dass man sich vielleicht für eine richtung weil sind so viele sachen wenn jetzt in jeder waffen kategorie noch mal jede monster kategorie hast man es ja wahnsinn das ja 25 verschiedene waffen typen ja wie wir aussehen was wieder gefärbt ich habe es komplett gelb mal gemacht ja ja ich werde auch mal schnell wo sind deine handschuhe ah nice die fehlen mir noch gut dann ist die quest gehen wir mal kurz auf färben ja custom ah wir können erst färben nochmal wie spricht man zitzerik aus wollte ihn das schon lange mal fragen zitzerik zitzerik niezu ein subst eher schmisch englisch of sich hat locker losілose richtig sven oder dec ob mein vater sagt zack 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 zu rechts ich habe die frei wo favolarsnummer die farbe in quirن auf weiterうんich wir voila was anders kaste meist jeden einzelnen tat musste man also armor kaste meist und dann hast du eine primäre sekunde ja unten rechts da sind keine farbsymbol ist gut dann gehe ich jetzt mal okay in blau raus so far it's not that difficult i guess there's german version of the game momentan noch nicht ja noch nicht aber bestimmt ja nicht so welches monster war das noch mal so komplett blau ich habe ein krasses ob hier the first time you would be knocked out stay up and heal for 300 für den helm cool das habe ich noch gar nicht gecheckt ich kann die helmfarbe nicht ändern geht nur rüstung aber so die hauptwurstung und oben die schulter rüstung hast du causing a stack i heal for 300 over force über four seconds ich will das nicht nehmen weil es dann weg ist weißt du gane 10 health shield after not getting hit for 10 seconds ja nice also das lohnt sich ich mache das jetzt mal rein wenn nett überschreib ich es okay kommt nämlich auch rein in die haupt rüstung infuse geht gar nicht wo hast du es rein gemacht geht bei mir gar nicht es geht bei mir auch nicht okay 66 bonus part damage after a perfect dodge blake dancer cell jetzt habe ich es drin du musst close list machen und dann kannst du es bestätigen ich habe sie mit dem torso jetzt reingemacht kannst du mal auf youtube in rv test server liliana zeigen net rolltipp das ist nicht drin scheiße 1000 andere sachen jetzt her mein schild mein bloß 10 schild des effekte ist komplett weg ich habe es nicht mehr in der liste aber ich habe es doch nicht in irgendeinem part drin doch hier habe ich sie da drin okay also ich mache das jetzt nicht schuhe rein so so viel das soll aber das war auf jeden fall eine geile ob es hat sich gelohnt was mit dem schild ja näher mit dem wieder mit der wiederbelebung mit die habe ich glaube ich gar nicht die anderen sind ganz kleine dinge da habe ich jetzt nicht reingemacht dann kann man über speichern okay du kannst nicht jeder in jede rein machen es aussieht tryhard sieht auch so krass aus ne mit der frau mega krass ich bin zu dämlich die wiederbelebung rein ach so die überhaupt eine in der rüstungspart zu machen ich klicke drauf customize armor klicke auf den anti-spell cell slot dann habe ich eine liste dann wähle ich eins aus ich wähle einen aus und dann ja und dann auf infuse unten der ist ja oben ja close list und dann infuse jetzt hat es geklappt ich habe zehn mal infuse dann ist dann infuse inkomplett okay ob es auch es geht jetzt ist es drin okay nice worauf spielst du das spiel auf dem pc pc kommt auch für konsole raus kommt auch für konsole raus also so einen auftrag haben wir mit quill shot und wir bräuchten noch unsere rüstungsteile für wie heißt es weißt schon ich kann einmal gezielt diesen einen handen scan und quill ich bin gespannt machst du eine offene runde vielleicht kommt noch einer rein dr troy hat ein komplett neues outfit zeigt sich aber von allen seiten von den schönsten seiten einmal zeigen scan für sie hat die rüstung die wir haben hat er jetzt auch an auch immer die axt am start ne den haben wir die axt die axt im haus erspart den zimmermann ja schon wieder andere rüstung hier ne krass aus die weiße bei mir hat er noch die steinrüstung an ok jetzt hat er sie geändert ja ok was war nochmal der vorteil beim hammer kopftreffer muss ich machen oder ich weiß gar nicht mehr kopftreffer glaube ich was krass ist meine standard waffe macht fast so viel schaden wie die gecraftete ist beim hammer ok krass haut nur schneller oder welche haut schneller der hammer ist ja super langsam ja ja haben wir super langsam ne ich meine der ja genau der der neue haben wir nicht ganz ab der macht nur zehn schaden mehr als der standard hammer hätte ich auch ein bisschen upgraden sollen ja gut kannst ja unendlich upgraden ne alles mögliche bestimmt ja ja wahnsinn so ja das ist gut dann sage ich immer an wenn ich den kopftreffer lande dass wir den es dann raus haben dann drauf sehr gut geil ja und doktor und was macht die axt besonderes ist die axt genau wie hammer also auch stun auf kopf oder mehr so rüstungs durchdringung können wir vorstellen dass die die rüstung gut durchdringt bei dicker panzerung ja geht los ja sagt er nice sehr nice very nice Donc das ich nicht gut ne das das Vielen Dank.